und Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft ja wenn ich den Stich den Lieben das Haus wollte ich bauen aber ja Sticks 2 5 alle an der Welt Werke Bank und so ein wer das ist relativ wichtig gegen und so alles so und was auch an immer kommt hab ich ach ja ich wollte mal ein okay ich bin hier also in die Richtung und versuch einen Dschungelbaum zu finden oder ein Schneegebiet weil ich will jedes Holz haben wenn ihr euch fragt wieso ich das gerade mit der Axt abgebaut hab ja es geht so schnell und es ist irgendwann abends halb neun halb neun halb neun ganze Tag schon gezockt und auch aber kein mein guck sieht der irgendwie geil aus hier oder ja sieht schon geil was ist das denn hier 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 da aber es ist doch eckig sieht irgendwie nicht geil aus wo ist wo ist ein Dschungel das sind normale Bäume oder das Problem ist ich weiß auch ich will doch nur ein Dschungel ich hab mir will ich doch nicht ja okay was ist hier ich habe vergessen dass ich nicht mehr springen kann die da vorne ist unser Haus oder ja ähm Haus ich will doch nur ein Dschungel ich will doch nur ein Dschungel bauen ich hab auch keine Ahnung was ich jetzt so machen ja ich könnte es anfangen das Haus zu bauen oder genau dafür wichert es holz so gut aus oh Moment da ja ich schwimme mit meinem Stay ja ich schwimme mit meinem Stay ja ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme mit meinem Steak und da hilft mir der Kürbis an Land ja da hilft der Kürbis an Land und ich hab zu viel auch obwohl ich war nicht auch je ich hab zu viel genommen alter lalalalalala lalala lalalala tralala Kürbis Kürbis komm schon ich finde das richtig klein mit so kleinen Tümpeln sehen den Dingern das wohl schön ja wird die 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 roh und wie ist das ist das ist das Schleckt hier ein bisschen, weil die Welt halt generieren muss. Ach du Scheiße, ist hier wirklich nur Wald? Geh' ich zurück Leute, es hat dann, ne, da, glaube ich, dass das dann so viel bringt. Geh' ich mal lieber zurück, nehm' noch das Holz hier mal zu. Okay, also, da würde ich mal sagen, dass ich anfange das Haus zu bauen, aber den Boden dann so lasse aus Gras, weil, als Boden wollte ich das dunkle Holz, äh, von den Schneebäumen, weil das so geil aussieht. Schnee, Schnee, ich brauche dich, und dein Holz. Schneebäumchen, Schneebäumchen. Wow. Guck mal, das sieht doch voll grün aus. Hm. Ach, nö. ich sehe schon wie ich mich hier verlaufe einfach mal ein Feuerzeug nehmen oder 10 Helfer und 1000 Diamantechste was heißt 10 Helfer 1000 Helfer und 1000 Diamantechste und wie viel Holzmann damit haben Naja Ege Leute um heute 17 15 ich hab heute nicht so können das ist würde das jetzt schon sehen weil der Partie wahrscheinlich am 80 Püpfchen hoffe ich denke ich meine ich weiß ich Auer da esse ich erstmal was ich bin nicht dann überlegen was ich jetzt machen kann also ich werde es einfach ausbauen aber dem Boden so lassen ich werde dann später das Holz so Schnee könnte mich mal Marschlecken ich hole mir das Holz holz sie 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 ich ich schaue ich mich mich schaue ich mich schaue auch ich weiß dass es dunkel wird scheiße ne shit reicht das das dürfte erst mal rechnen ich warte ist ich muss ich hin oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott als ob ich das jetzt überleben was soll ich machen wo bin ich ich bin nach Hause